Seit dem Gendern sind wir Lehrkräfte. Svenja, wusstest du das? Du bist wieder Lehrkraft. Kraft. Es ist ganz wichtig, dass wir uns die Kraft in die Berufsbezeichnung reinschreiben. Auch psychologisch, damit wir wieder selber mehr daran glauben. Verstehst du? Also es ist im Grunde so ausgedrückt, immer wenn man eigentlich nicht mehr an eine Sache glaubt, dann schreibt man sie sich in die Begrifflichkeit rein. Da kann man immer wieder hingucken, da steht eigentlich Kraft, also müsste eigentlich stimmen. Wenn man den Glauben verloren hat, dann ist die Begrifflichkeit umso wichtiger. Das ist so. Das haben wir öfters, auch bei Qualitätswein zum Beispiel. Qualitätswein, jeder weiß, es ist nicht der beste Wein. Aber man schreibt es sich rein, verstehst du? Und dabei ist natürlich so, wenn du die Tür zum Lehrerzimmer nur einen Spalt breit öffnest und reinschaust, ist Kraft nicht das Erste, was dir in den Sinn kommt. Das ist so.